Hallo und herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde anlässlich der aktuellen Bundespräsidentenwahl. Wir wollen es heute genau wissen. Wir wollen wissen, was funktioniert an der Demokratie in Österreich besonders gut? Was gehört dringend verbessert? Warum ist Wählen gehen wichtig und wie bekommt man Menschen und vor allem auch junge Menschen dazu zur Wahlurne zu schreiten? Ich freue mich ganz besonders heute hier vier Vertreter der Wiener Jugendorganisationen verschiedener Parteien begrüßen zu dürfen.